So, Hallöchen, willkommen jetzt zurück zu DayZ. Wir spawnen gleich hier zusammen in einem Haus, glaube ich, war das, wo ich mich zuletzt ausgelockt habe und auf der Suche nach einem Brunnenau. Ich wollte, glaube ich, gucken. Ich war ja schon mal in der Ortschaft, ich weiß. Ups. Sag nicht, das regnet schon wieder. Sag nicht, das regnet schon wieder und ich bin das... Wo bin ich denn das? Ich könnte ein Feuer machen. Ich weiß, ich bin... Ich bin... Ich hab... Multis fehlen, ne? Es fehlt an Multis. Wir haben das eine Kartoffel. Trinken ist gar nicht so schlimm, aber trotzdem hätte ich gerne mal gewusst, wo hier der Brunnen ist und... Ja. Sonst laufen wir einfach bis zur nächsten City. Bisschen Essen brauche ich eigentlich. Bisschen Essen. Ich könnte eigentlich auch mal in der First Person spielen, eigentlich, ne? First Person, guck mal da. Oh, wurde hier gar nicht gelootet? Wäre ja auch mal eine Idee, ne? So ein First Person Server. Hat die einen schönen Rucksack da? Sogar im grünen? Einen großen? Kann ich ja noch mehr Sachen mitnehmen. Habe ich was zum Zuschlagen? Ne? Nur meine Fäuste. Toll. Ich wollte eigentlich vorher gucken, wo der Brunnen ist, hab's aber nicht geschafft. Möchte denn hier den grünen... Hallo? Den grünen... Ah, da sind immer noch so viele Zombies. Lief da gerade hinten ein Spieler? Äh... Ein Zombie-Leute lief da ja. Hallo, junge Frau. Oh, das Krankenhaus. Hallo? Ja, hier bin ich. Kommen Sie her. Junge Frau, kommen Sie ran. Nimm mal auf den Kopf. Blutig... Ne. Blutig nicht. Äh... Blüpp. Egal. Besser so ist es mich gefällt. Blauer Rucksack, war da schon was drin? Ja. No. Hä? Hä? Was mache ich denn da? Grün Rucksack würde ich doch nehmen. Alter, das fängt ja wieder gut an hier. So, so. Dann gehen wir nochmal direkt fix ins Krankenhaus. Der ist makellos und der ist abgenutzt. Abgenutzt. Okay, das wird alles in Ordnung. Ja. Habe ich gerade ein Hühnchen gehört. Warte, Apfel, Apfel, Apfel. Gibt es denn Apfel? Ich sehe keinen Apfel. Oh, doch. Es ist so gammelig. Leute, warum so gammelig? Oh, ein Beil. Was ist denn hier los? War hier noch keine Looten heute? Müste ich ja nicht das Dorf nochmal looten. Boah, habe ich da Bock drauf? Eigentlich nicht, ne? Ich wollte, äh, eigentlich wollte ich weiter. Eigentlich hätte ich gedacht, wo war denn noch der Brunnen? Mensch, das kann doch nicht so. So, äh, fangen wir mal hier an. Guck mal hier, äh, hier war echt noch keiner. Ey, der ganze Loot hier, hier, hier war doch noch keiner heute. Oh, da hat Glück gehabt, äh, neu gespawnt, das ist doch neu gespawnt. Von links, von links und dann rum, und dann ist da was? Nee. So, nicht, nicht so viel sappeln. Bisschen, konzentration, OP. Äh, links. OP-Haube? Nee. OP-Hose. Was ist mit der Hose wahr? Ach, ich kann mich nicht mehr, das ist eine Macke los. Äh, wie viel geht der rein? 20, 20, okay. Grün passt besser. Da habe ich was in der Hose. Okay, das können, äh. Okay, nee. Das lasse ich mir jetzt mal so stehen, lol. Äh, da ist kein Loot. Äh, ja, okay. Hm. Jetzt bin ich verwirrt. War ich da jetzt schon? Eine Gasmaske. War ich verwirrt? Warum bin ich denn jetzt so verwirrt? Hier war ich doch schon. Mehr ist hier nicht, aber zumindest waren da ein paar Tabletten. Aber draußen, die Häuser drumrum, ne? Die haben ja auch, haben wir gestern, äh, gestern hatte ich, war ich gestern aufgenommen? Vorgestern? Da waren ja auch Medikamente. Ich glaube, in, äh, im Riesenhaus. Okay, da liegen Klamotten, alles klar. Ist doch jemand da? Oder ist schon etwas her? Da ist ein Zombie, der kommt bestimmt gleich. Dreibein, brauchen wir nicht. Dreibein, ich seh da nix. Ich müsste eigentlich, ich muss wissen, wo der Brunnen ist, ey. Das kann doch nicht. Bin ich denn schon so alt? Blutentnahme-Set, Kochsalzlösung. Die hab ich doch. Blutentnahme-EV-Set. Ich hab nochmal die Koch mitnehmen. Gas ma... Nein, das soll mal ne Kost, äh, Blutentnahme. Gibt, war, glaube ich, echt noch keiner. Ne, 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 ganzen Loot. So, da, dann gehen wir mal hier so rum. Dann looten wir hier halt nochmal. Ist ja nicht so tragisch. Guck mal, die junge Dame hat bestimmt auch noch Tabletten dabei. Ist doch egal. Looten wir halt nochmal durch. Frau Doktor, so und so. Tür zu, wenn da keine drin ist, dann... Da ist zu, da ist auf, okay. Aha. Plus... Oh, guck mal hier. 380 ACP. Ich muss öfter mal so... Dann... War das noch? Achso. Seitdem, da läuft die Aufnahme. Aber Sound schlägt der Pegel aus. Man muss ja mal schauen hier. Nicht, dass ich hier wieder, ne. Obwohl, das ist ja gar nicht schlimm, wenn man so selbst Gespräche macht, ne. Das ist meistens besser. Du kriegst ja meistens keine Antwort, aber... Ja, ja, komm ran. Kommen Sie ran. Mach ich hier schon mal zu? Ach, hier ist ja keine Tür drin, ne. Das war klar. Ach, komm, hör doch auf. Wer ist Alan schon wieder? Ich dachte, hier ist keiner, ey. Vielleicht holt er die Waffe raus. Soll ich mal? Das ist ein Zombie, ne. Schau mal lieber ab, ey. Er sagt, hier ist keiner und auf einmal kommt da jemand. Das war nämlich klar, wenn ich einen Zombie am Popo habe, da kommt der Nächste. Versuche mich down zu machen. Alles schon erlebt, ey. Alles schon erlebt. Alles schon erlebt, ey. Das ging die Tür nicht zu, ne. Junge, 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 Junge. Dann müsste ich eigentlich... Eigentlich müsste ich den rabatzen, ne. Was kommt da eigentlich für Munition rein, sag mal. War das die... Buckshots. Ich hab hier jetzt... Zwei Schuss, ne. Nein, ich... Soll ich mal böse sein, oder? Ich bin jetzt böse. Help, help, help. Toll. Böse. Böse. Beschädigt. Wurde grad sagen, kommen da gar keine... Gar keine anderen Zombies, weil ich hab ja richtig Remi-Demmi geguckt. Ähm... Ich hatte ja... Richtig Remi-Demmi gemacht. Komme ich hier nicht hoch? Komme ich hier nicht hoch? Keine Ausdauer mehr. Ja, man muss ja auch mal zeigen, wie man das nicht macht. Das ist die Strafe dafür, weil ich auf den geschossen hab. So spielt man nicht daisy. Ah, zum Glück hab ich meine Beruhigungs-Milch. Ach ja. Okay. Immer was los in daisy. Immer was los. So, ich blute bestimmt jetzt. Schöne Klamotten... Oh Mann, war ich böse. 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 ich noch mal das recht so kann ich das licht nicht da so blutgruppen schnell test können wir auch mal machen zum thema gucken schauen noch mal guter brunnen ist ja ich da erstmal rumballern mein beil mein beil wo lag er eigentlich zombie eine police kann das sein ich kann jetzt nicht raus ein treffer und ich bin da und ich brauche zumindest ein bisschen leben ein bisschen leben wie er noch geblockt hat und aber ich habe selbst auch nicht mehr anders erlebt hast nix wird trotzdem auf dich er wird trotzdem auf dich geballert geschossen ja auch schon so oft erlebt scorpion dahin sind handschen mit munition immer noch eine zweite mit geht nicht oder was die ist abgenutzt die ist auch abgenutzt warte mal kannst du doch hallo wo macht er das nicht jetzt habe ich nur ob die jetzt irgendwo im inventar gedroppt ist dass die ist ja ja wenn er waffe hat natürlich hätte ich sie nicht gehabt ja das ist man spielt echt anders ne frage ist wenn er die waffe gehabt hätte hätte dann auch geschossen und ich hätte keine waffe gehabt das ist immer so eine sache ne aber es ist daisy zu überleben ich war überleben bald hinterher nicht so ja was die zombies angeht war halt nicht so weiter schunden ja halt ich wollte ja zeigen wie man das nicht machen kann mir vorstellen dass hier noch irgendwo einer in der ecke sitzt in der ecke in einer ecke sitzt soll ich da mal gucken ist immer ein risiko aber sterben kann man ja nicht hallo ich bin gar nicht hier oben also ich sie nix nichts unterrutschen ich habe keine handschuhe so ich habe wieder ein bisschen leben das schön trotzdem ist alles sehr sehr schwarz weiß ich guck nochmal wenn man nicht sehe ob ich ja schon war die scorpion hat die 83 kein magazin oder natürlich nicht aber einen lauf vielleicht eine im lauf eine im lauf kriegen wir noch mehr besser eine im lauf als keine im lauf so wo ist denn dahin ich kann doch nicht so schnell jetzt habe ich auch noch hunger wo war denn gestorben hier hinten links irgendwo ne ich glaube da links mach den zombie mal ich habe ich habe ich habe ich habe und ich habe wie lange ich das überlebt hier hat sich das überhaupt von dem loot gelohnt warum hört er mich denn wir sind in der garage drin hier die ganze zeit immer wieder in die polis reingehen ist auch nicht so schlau wenn niemand kommt guck mal allein wegen essen hat sich das schon gelohnt aber zweite kartoffel da könnte ich zwei kartoffeln feuerchen machen auch weil ich das mit einem ball gemacht habe ich habe kein messer egal ich muss das jetzt so machen hat er jetzt ein messer gehabt habe ich jetzt gar nicht so glaube nicht so hier war doch noch irgendwas katzenfutter ja immer her damit immer her damit das ding leer so eine kleine schale ja so nicht mal obwohl die dose doch eine kleine dose sehr ergiebig ich habe mit dem magen lauf ein bisschen hin und her ich darf bloß nicht ich darf keinen schlag kriegen denn dann bin ich weg was mache ich denn jetzt muss hier eigentlich weg aus der city muss ich raus ist nur die frage wo lang ich guck noch mal ne der rucksack ist simulier päckchen nix nix tolles bei ne ne das ist ein zombie jetzt irgendwo langlaufen wo kein zombie ist ist auch ein zombie ich komme nicht weg macht den jetzt kommen ist egal das risiko einmal getroffen jetzt kommt links wieder ein zombie weißt du jetzt gar nicht welche richtung ich mal laufen soll da ist die sonne okay einfach mal geradeaus rüber einfach im wald leben geht hoch essen ist halbwegs geht essen und trinken ist nicht voll gefüllt aber es geht ein bisschen weiter laufen bis zur nächsten city je nachdem wie weit ich komme was soll ich denn da für eine blutgrube 0 minus was mich ja wundert ja ich bin noch gar nicht krank was 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 Nö, 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 Nö. 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 Nö, 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 Nö. Nö, Nö, Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, Nö, Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, Nö. Nö, Nö, Nö. Nö, Nö, Nö. Nö, Nö, Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. hose eine neue hose leute das ist ein zombie so und ich sehe gerade wir kommen gleich langsam mal zum ende würde ich sagen schon wieder so weit sehen wir uns und hören uns also ihr sieht mich und hört mich in der nächsten folge würde ich mal so sagen und dann wieder wirst einschalten bis dann tschüss